Oh! Hallo Leute, jetzt wollen wir mal ein Candlest Gameplay machen. Ja, früher mal an. Wir haben das Game noch nie gespielt. Keine Ahnung. Also Grafik ist schon mal geil. Ist echt nice. Taschenlampe haben wir nicht. Ist kein Slenderman. Das sind immer nur Fackeln. Ja. Hier, eine geile Fackel hier. Wow. Sieht nicht genial aus. Die Spiegelung von der Laterne. Nice. Eine Fackel hier schon. Hoffentlich ist es ein längeres Spiel. Also dass es wegen länger geht. Das ist wegen unpraktischer. Nimm noch einen Anlauf. Fuck. Jetzt komm jetzt hoch. Wow. Du hast ne gruselige Gestalten. Guckt man uns an. Hallo. Wow. Okay. Ist halt der Enderman aus Minecraft oder wie jetzt? Aslendi. Aslendi bist auch mal drauf. Die machen gerade nichts. Okay. Tür öffnen. Toll. Das ist zu neu verpackt. Äh nein. Nichts verkleben. Ich will nichts lesen. While you been away. Blablabla. Kannst du dich jetzt rufen oder renn einfach wieder. Ich glaub das ist zu neu verpackt. Ja okay. Aha. Mach schnell. Geht die Kerze an. Geht die Kerze an. Da hab ich noch Probleme mit der Kerze. Ach. Okay. Ja. Geht die Kerze an. Schau mal leise aus. Schau mal leise aus. Ja alle Kerze sind an. Das ist halt old school. Old school will das nicht. Neis. 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 Genau. Voll leise ey. Echt. Für mich der Weg. Hm. I think I need to go to. Okay. Der Schlüssel der befindet sich im Schlafzimmer. Zimmer. Die Tür rufen. Boah Junge. Hast du gegessen? Die Frage ist eher. Wer hat ihn gegessen? Na cool. Das werde ich auch werden. Du musst nicht. Und schnell die Kerze an. Okay. Okay hier ist es. Was? Ich weiß nicht. Schnellen. Fuck. West. 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 Geh da mal rein. Die rechte Tür jetzt. Okay. Was geht ab? Hallo. Na ja. Geh mal rein. Vielleicht kurz raus. Ich glaube ich begrüße ihn mal. Oho. Er hat mich angegrübst. Mann. Ich hätte gedacht der verreckt wieder. Bleh. Fuck. Hast du auch gedacht? Was? Hast du auch gedacht der rülps wieder? Ja. Das hat sich angehört. Wie ein rülpser. Der hat uns gegessen und dann musste der auch rülpsen. Ich glaube der hat schon mehrere Menschen gegessen. So und jetzt? Ich hab so eine Idee. Der eine ist gepufft als du das Licht angemacht hast. Boah. Kann sein dass die Angst vor Licht haben. Könnte sein. Also das Licht auf mich zugewandt. Wo ich noch nicht stand. Peace. Jetzt machen wir heute. Ja. Okay. Das ist gelb. Ne gut. Achso. Wo ist gelb. Also Leute. Wenn ihr verbregt. Das gelb drücken. Klasse. Dann können wir wieder auf dem Vorwand anfangen oder was? Ne. Okay. Wir stehen hier. Das sind wieder die coolen Augen. Ja. Ja. Ihr braucht es schon zum Leben. Wenn ihr es lesen wollt. Könnt ihr es ruhig machen. Scheiss Kerze. Ich hasse die. Nein. Nein. Das sieht jetzt nicht aus. Das. 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 Game ändert immer seine. Eigenschaft. Ja. Aus. Bitte. Ist ein Zombie noch da wo er war? Ich glaube es ist ein Dämon. Es ist fast wie bei Parallel Activity. Es ist so ein Dämon. Nur so sieht man ihn zur Zeit. Boah. Die Zahlen sind vertreten. Der 7 schaut mir komisch aus. Ob die die Leute. die Leute. Jetzt tut es mich mal an. Boah. 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 Gern. Boah. Ja. Ja. Lock den erstmal raus. Ne. Jetzt nicht. So. Da dran bleiben. 2. Ich glaube der kommt nicht. Ne. Der kommt nicht rein. Der kommt nicht rein. Ne. Ne. Der kommt nicht rein. Ja. Das Licht an. Okay. Hier ist das Schlafzimmer. Ist da irgendwo schuss. Wow. Wir backen da schwul. Eine schwule Fliege. Ja. Ja. Scheiß Zommerzäute. Kann man da hoch. Ja. 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 Okay. Wenn was kommt. Ich gehe hier nicht auf zurück. Da hinten ist Licht. Boah. Das war's. Mach die Tür zu. Boah. Vielleicht ist das Schlafzimmer. Du kommst jetzt noch her. Wann. Das bleibt nicht voll. Du kommst jetzt an. Boah. Du kommst jetzt an. Du kommst jetzt an. Der nervt. Fuck you. Ey. Es kommt. Kommt es. Ey. Es gibt's nicht hier weiter rein. Nein. Dann knappen. What the fuck. Au. 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 Jetzt haben wir weggenommen. Äh. Äh. War da nicht eben kein Licht an? Lol. Da war doch grad doch. Geil. Äh. Da ist ein Schlüssel. Geister nicht. Jo. Okay. Wir haben den Schlüssel gefunden. Und ich denke jetzt gefunden. Und was wir gehen im Auto. Stamm auf dem Zettel. Also ja. Stamm auf dem Zettel. Stamm auf dem Zettel. Stand ja auf dem Zettel. Können ja nochmal nachkupchen. Können ja nochmal nachkupchen. Äh. Wollen wir jetzt den anderen Zombie verpuffen lassen? Wollen wir jetzt den anderen Zombie verpuffen lassen? Loll. Da macht das nicht an, Junge. Wollen mach's an? Das ist doch ein. Spiel. Das ist das nicht. Puff puff. Stopp. Waffff. Watt de fuck. Watt app books. Da ist auch nichts drin. Das stinkt ey. Boah der hat uns angefroutzt. LOHL h striking wieder an. Oh. Das war vorhin schon. Trotzdem. Das ist so unheimlich. Das ist auch recht. Ja, ok. Doch. Jetzt haben wir ja nicht mal einen Schlüssel. Das kann man vielleicht auch machen. Wow. Geh rein, da ist eine Kerze. Siehst du das? Geh rein und tu auf die Kerze klicken. Wow, das war knapp. Jetzt geh mal rechts. Ne, mach erstmal die Kerze an und dann geh mal rechts. Alter. Wie kann er sich rein TPen? Da ist doch ne Kerze an. Hat er nicht ganz drauf nicht. Kommt das denn? Oder Dämon. Oder was du bist. Ha ha. Passt davon. Ja, so wie schwer ist. Nichts genug. Ist doch ungeheg. Siehst du den Schatten? Ja. Und jetzt sind sie gefeuert. Putt 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 putt. Ok, wir haben das Spiel mal angezockt. Aber nie zum Ende geschafft. Ja. Wir haben nicht mal gewusst wo der Schlüssel ist. Wir sind grad nicht mal in die Treppe. Ok. Wir haben nur hochgeguckt. Ok, was jetzt kommt. Aber wir haben nie geblickt wie es hier weiter geht. Ey, ich hab grad gedacht, wir müssen jetzt irgendwie das Ding hier antriegen. Glaube ich auch. Ey. Versuch mal mit dem Ding da unten irgendwie umzudrehen oder so. Ah, du hast uns bewegt. Vielleicht musst du auf den Schalterklick mal gelegt. Ey, ey, ey. Das blick ich jetzt nicht. Aber versuch mal mit dem Rechtsklick. Fuck. Vielleicht müssen wir einfach nur draufgeguckt halten. Und äh... Ahhhh. Ohhhh. Das bewegt sich. Hast du was gesagt? Vielleicht musst du nur einen Drehung machen. Ahhhh. Ich glaube nicht. 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 Oh, ich schwitze. Das widerliche ist aber. Wir werden auf Mero. Pump, 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 pump. Ich pumpe das Teil an. Alter, ich bin jetzt längst fertig. Ey, Überschlag kriegt das nicht hin. Jaaa, das kurbel, 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 kurbel. Fuck. Das war schlimmer als ein Auto anzuwerfen. Hahahaha. Ich meine die alten auch nicht. Hahahaha. Hey, das geht ja auch. Hey, das geht ja auch. Wir sind jetzt endlich mal. Wie klickst du denn? Hast du jetzt mal was da? Warte. Komm, komm. Jesus, das ist doch scheiße. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht mal. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Nicht berühren. Klink. So, es hat eigentlich so... Das ist ein Dumpensamt. Und so ein Dumpenstor. Also der ist echt schlecht. Das ist so ein Dumpenstor. Fuck. Fuck. Du bist doch mal. Was willst du? Ich kurbel doch. Vielleicht muss ich schneller kurbeln. Aber wie wir Autos anwerfen. Zwiebeln. Aber ganz schnell. So schnell. Wir kriegen das Ding nicht an. Das ist echt klein. Fuck. Ich hasse es. Das hängen wir hier drum. Zum Glück ist die Kerze da. Wo unsere Schützen angekerzt. Boah, wie ist das losgelassen? Ja. Wir haben's. Wir haben Licht. Scheiß Birne. Da ist ja immer so geplatzt. Und was ist jetzt? Oh, da oben ist wieder Licht an. Das hab ich ja durch den Türstütz gesehen. Versetzt, versetzt, versetzt. Da war's wieder. Es hat's ausgemacht. Das Viech hat's ausgemacht. Geh mal auf und schlafen zu machen. Wenn du dann gehst weiter oder so. Weil wenn's das schon war, dann was echt cool ist. Ne? Da, da. Da war ein Gruß. Das ist nimmer Grußleber hier. Das ist nimmer Grußleber hier. So. Oh, yeah. Na, Moment. Das ist Licht an. Irgendwas haucht wieder an. Ich? Das ist nimmer. Leben sound. Juhu. Wir hab's geschafft. Ja, jetzt kannst du schlafen. Jetzt kann ich schlafen. Endlich. Du musst nur das Viech vertreiben. Ist es jetzt zu Ende, oder was? Ich glaub, das war's nicht. Okay. Echt jetzt? Ja. Also Hersteller von, ja, eigentlich... Das Game ist eigentlich nice geworden. Ich geh zu schnell durch. Also das ist... Das ist... Das geht einfach zu schnell durch. Das hat man voll schnell gemacht. Egal. Ich würd's empfehlen. Ja, ich auch. Also... Einmal durchzocken. Das ist... Durchzocken ist ja nicht schwer. Das ist mal... Ein leichtes Game. Ja. Ein Nebenbeispiel. Irgendwann. Ja. Ich kann's überschreiben. Nein. Ciao. Tja.